Servus Leute, zurück zu Let's Play ChronoCross. Wir haben das letzte Mal unten links gestartet. Nachdem wir das vorletzte Mal ja am Strand einen Blackout hatten, eine Vision. Auf einmal waren unsere Freundin weg. Wir sind dann wieder zurück. Haben festgestellt, irgendwie keiner erinnert sich mehr an uns. Und noch weiter tatsächlich. Es gibt ein Grab von uns. Wir sind eigentlich vor zehn Jahren gestorben. Wir haben einen Särch prinzipiell. Also so heißt der Charakter. Und die Welt hat sich ohne Särch weiterentwickelt. Unsere Mutter ist auch gestorben. Kurz danach, nachdem wir vom Meer verschluckt wurden. Ja, und jetzt? Als wir im Grab waren, haben wir uns irgendein Typ mit zwei Wächtern angegriffen. Der wusste anscheinend, dass wir kommen. Und wir wurden von Kit hier unterstützt, uns zu wehren. Und haben mit ihr zusammen sie zurückgeschlagen. Das ist sozusagen die Wiederholung vom letzten Mal. Und jetzt sollen wir zu einem neuen Ort gehen. Das ist aber nicht dieses Hydra-Moor. Vielleicht gehen wir trotzdem mal rein. Okay. Vor einigen Jahren, nachdem die letzte Hydra gestorben war, legt ein dichter Nebel sich über diesen Wald. Also ja, das Wasser wurde versorgt und der Säure enttäuscht. Aber die wahre Ursache dafür war, dass wir Menschen, die Flora und Fauna getötet haben. Ich hoffe nur, dass wir die Zerstörung, die wir hier angerichtet haben, nicht eines Tages bereuen werden. Ah ja, sieht aus, als würde ich hier Schaden bekommen. Ja, wir haben zehn Lebenspunkte verloren. Ja, okay, dann ist das, glaube ich, kein Gebiet, wo ich jetzt aktuell gerne hin möchte. Dann... Hier gibt es ja sonst nichts mehr. Dann ist unser Way to go. Moment. Das da drüben. Das da drüben in der Schlucht. Das erinnert mich an, als wir angefangen haben, hat so eine Cutscene da reingezogen. Und da waren wir zu dritt. Kit, Doc und ich. Und sind da rein. Und dann ist irgendwas passiert. Und dann hat das Spiel anders gestartet. Fossilenschlucht, Süd. Na gut. Wir versuchen herauszufinden, was hier abgeht. Guten Tag. Unsere Ausgrabung ist fast abgeschlossen. Bleibe auf dem tiefer gelegenen Weg, wenn du die Schlucht durchqueren willst. Ein paar von uns arbeiten noch weiter oben, also störe sie bitte nicht. Okay. Wahrscheinlich hätten sie mir den Weg verhindert. Vorher. Da ist ein Viech. Das machen wir weg. Naturellfeuer. Okay. Moment. Der Hund greift den Hund an. Hä? Muss man das verstehen? Und jetzt hauen wir noch ein Wasser hinterher. Wasserstrahl. Weil das ja Feuer ist vom Element. Also müsste es effektiv sein? Verstehe ich das richtig? Serge kriegt einen Trefferpunkt. Genau das habe ich ja beim letzten Mal schon gefragt. Wie funktioniert das mit dem Progress? Wie wird man stärker sozusagen? Reicht es, wenn ich hier Gegner massenweise farme und dann werde ich immer stärker? Oder immer nur einmalig bei bestimmten Gegnern so in etwa? Das Kind kriegt vielleicht drei Leben. Oh, der könnte sich. Das Levelsystem und das Elementsystem. Das sind die zwei Fragen, die ich zu diesem Spiel noch habe. Oh, das ist ein großer Vogel. Verwurzt und zugenäzt. So können wir auf keinen Fall zur Villa zurück. Wir haben unsere Misserhunde in den Sand gesetzt. Das war ein allzu schmähliches Mal, Pfeffer. Ich will rein wurschen. Wie übrigens, hast du dir gemerkt, wie dieser Bursche angezogen war? Ah. Ziemlich genau wie der da drüben, Pfeffer. Warum, wenn du eh, das ist die ganze Soße aus, sowas wie? Nein, er ist das Höchstselbst, Pfeffer. Oh, bist du dir da auch ganz sicher? Er kommt genau im richtigen Moment, Pfeffer. Auf ihn, dieses Mal bekommst du, weil er gepfeffert hat. Oh, schade, ich dachte... Ah, ich hätte vielleicht den... Diesmal habe ich gründlich drauf geachtet. Ein schwarzer Semmel mit Pfeffer. Gut gemacht, also dann gib ihm Pfeffer und greife ihn damit an. Ich gehorscht, äh, Pfeffer. Aha. Gelb. Aha. Schwarzfärbe. Oje, Bine. Das war kein schwarzes Angriffselement, was du da benutzt hast. Das war ein schwarzes Element, das deinen Gegner anfällige Verangriffe der Gegenteil in der Truffarbe weiß macht, oder etwa nicht? Ich fürchte, du hast recht, ein höchst feindliches Versehen. Du hast doch ein weißes Angriffselement dabei, oder? Wenn du keins mitgebracht hast, bist du doch dümmer als ich dachte. Ähm, so ein schmächlicher Schmach. Ich fürchte, ich habe keines Pfeffer. Äh, was sind denn das für Witzfiguren? Das sind so Bits, Bixen, Wetsch. Oh, da macht's eigentlich den Modus. Angriff vorüber gegen der... Erhöht. Ja, da greifen wir an. Ich habe nämlich keinen Plan, was ich gegen Gelb mache. Gelb. Was könnte das Element sein? Sabotage. Naja, Gelb, Rot... Machen wir doch wieder Rot, oder? Aber wobei... Magma Bombe. So, ich habe sieben wieder zur Verfügung. Einem Pfeffern. Wow. Okay. Der ist down. Es gibt noch fünf. Okay, dann Angriff. Dreierangriff und ein Element noch ausballert. Feuerball. Weil dann haben wir... Triple... Feuer. Feld-Effekt. Ähm... Greifen wir erst einmal an. Oh, dann ist er da. Ich wollte jetzt nochmal Feuer machen. Okay, und schon wieder eine Stufe erreicht. Das ist wahrscheinlich wirklich nach besonderen Kämpfen. Steinwürf und Kupfer. Rückzug! Nee, nichts wie weg. Okay, Rückzug! Oh, der Vogel, der kommt mir verdächtig vor. Hätte man denn einen Vogel auf die hetzen können? So, was ist mit dir? Du willst mich nennen? Hey, sind wir die Wirbelsteller? Ja. Wobei ich immer erwarte, du älter, schreckle dich, schreckle dich hoch. Okay, wir sind Exorzisten. Warum nicht? Why not? Ich komme gar nicht zum Vogel hoch. Ich weiß nicht, soll ich zur Villa oder hier hoch? Dann gehen wir erstmal hier hoch. Was ist hier? Seid ihr Exorzisten? Ihr seid ja jünger als erwartet. Egal, dieses Heulen, dass es da vorne kommt. Aber wenn wir dafür sorgen, dass es aufhört. Ich glaube, wenn ich dann Geister habe, bitte tut, was ihr lassen könnt. Heulen. Das ist der Wind. Was ist da? Was ist da ein Kopf? Okay. Spuk. Und jetzt hört man hier diese Mysteriösung. Was muss ich sagen? Untersuchung. Und wenn das man kann, wir... Ich warte schon immer auf jemanden wie dich. Ja, ich weiß es. Du und ich, wir sind beide tot, nicht wahr? Keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Ich habe keinen Körper und kann mich an nichts erinnern. Du kannst ein Lied davon singen, was? Aber ich habe das Gefühl, dass mir alles wieder einfallen wird, wenn ich erst meinen Körperteil wiedergefunden habe. Also, wie sieht es aus? Hilfst du mir, nach meinem Körper zu suchen? Kopf. Ja, haha. Ich bin schwerer, als ich aussehe. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Und schwing mich nicht zu doll durch die Gegend, sonst wird mir schlecht. Schwerer Schädel. Okay. Spukt es hier, weil... Ähm. Ein sprechender Schädel. Alles klar. Wo soll ich nach deinen Knochen suchen? Wie sie... Also, hier ist eine Blume. Glockenblume. Kann man mal... Oh. Baumstamm? Gegner? Tatsächlich. Crazy. Was ist das? Ach, du Schonde. Oh, das war Damage. Okay, der... Ass is down. Moment, was ist das? Raubzug? Du findest die Taschen auszuhalten. Nett. Aber ich find ein AOE-Angriff immer noch besser. Mir gefällt das Minus-6 auszuhalten. Das ist bestimmt nicht gut. Krächts und das andere macht... Ich hab keine Ahnung, was der gemacht hat. Mir gefällt's nicht, dass der so krächts. Kannst du mir die... Phrase halten? Moment, Sprint-Schlag? Wo kommt das denn her? Bestärkt ein Schwert-Hieb. Mhm. Machen wir mal. Jo, schön. Deck rechts immer noch. Das ist nix Gutes, wenn man so lang Zeit hat. Das ist normalerweise nichts Gutes. Achso, ich bin erst Stufe 2. Ja, okay. Mach den weg! Okay, da kriegts noch eine dritte. Picken. Yo, Insta-Kill. Ich hab noch nicht gelernt, wie man jemanden heilt. Ach, jetzt ist er erst ein bisschen belämmert. Oh-oh. Vielleicht sollte ich in dieses Gebiet noch nicht gehen. Auch wenn ich jetzt wissen wollen würde, was es mit dem Schädel auf sich hat. Sieht nicht gut aus. Okay, alles gut für ihn. Gegen einen Wurmgegner. Wobei, da ist eine Hand drin. Könnte ich schon eher erzeugen. Jetzt hab ich wieder sieben. Warum? Jetzt sieben. Okay, da konnte ich gar nix. Lol, den hätte ich schon früher besuchen können. Wie ist das jetzt? Ist sie wieder am Start? Ja, tatsächlich. Einsetzen. Wie kann ich jetzt Arznei einsetzen eigentlich? Einsetzen. Kann ich Arznei nicht irgendwie einsetzen? Naja, dann ist es leider blöd, weil dann muss ich mich heilen. Kann ich hier auch irgendwo da drauflaufen? Nee. Kann ich da runter? Hey, stopp. Dort ein Monster gibt. Okay, dann will ich da vielleicht auch nicht runter. Die wollen ja, dass ich dort oben irgendwas bereinige. Aber jetzt muss ich erst mal heilen. Und ich hab keine Ahnung wie. Weil scheinbar kann ich nicht einfach durch... Shit. Durch Magie heilen. Also ich kann schon mit Magie heilen. Das muss ich halt jetzt im Kampf machen, so mit was. Jetzt kann ich heilen. Arznei. Auf sie. Aber außerhalb des Kampfes kann ich keine Magie einsetzen. Geh ich mal davon aus. Das Mini-Dingo. Interessante Art von Gegner. Gefällt mir, dass der Gegner sich selbst killt. So lange ich... Naja. Leg mit dir. TP. Warum kriege ich jetzt TP? Ich hoffe, ihr habt das in die Kommentare... Wobei, vielleicht schreibt... Vielleicht muss ich auch einfach mal googeln. Und... Wiki. Wikipedia-Eintrag zum Spiel. Aber dann spoiler ich halt so viel. Das ist schlimm. Aber dann ist es halt so. Es ist einfach eine erdrückende Frage, die mich einfach nicht loslässt. Wie funktioniert das ganze Spiel überhaupt? Worauf muss ich achten? Was kann ich optimieren? Hm. Ja, ich will eigentlich nichts von dir. Ich will einfach bloß wieder ausruhen. Weil das weiß ich, ist nach Heilung. Ja. Auch wenn es 100 kostet. Ich weiß nicht, sollen wir... Also, dieser Dodo war heftig. Der war zu stark. Den empfand ich nicht... Den empfand ich viel zu stark. Dementsprechend gehe ich davon aus, wir müssen eher in die Richtung von der Villa. Und das mit dem Schädel und dem Dodo, das ist ein anderes Thema für später. Wenn wir etwas... Wenn wir vielleicht besseres Equipment haben, wenn wir einmal hier durch sind, durch die... Fusilienschlucht. Andere Seite. Andere Ort. Ja, ja, ja. Das ist okay. Das hat man doch schon. Diese Hundis sind lustig. Die machen wir gerne nochmal. Wenn die sich selbst fertig machen, ist das okay. Oh. Moment. Soviel dazu. Da ist jetzt ein großer Hundi. Die Dingo-Mama ist jetzt mit dabei. Mist. Machen wir erst die Kleinen weg. Das freut jede Mama. Wenn die Kleinen weg sind. Wütend. Da dachte ich mir schon. Stärkung. Okay. Ja, ich bin genauso wütend. Also weg mit dir. Früher gab es bei solchen Spielen immer einen Lösungsbuch dabei. Da hat man wenigstens eine Ahnung gehabt, was man macht. Was? Na gut. Dann noch Magma. Minus sechs. Das heißt dann, dass ich beim nächsten Mal bloß eins habe. Oder wie? Wütend weiterhin. Oder wie? Aber ich mache ja dann eins. Ne. Beides mal sieben. Okay. Werden die Dingo's in diesem Gebirge ausgerottet. Das hat wieder ein paar Erfahrungspunkte, äh, nein, nicht Erfahrungspunkte, Lebenspunkte gegeben. Ist okay. Dort oben ist ein Dodo. Dodo ist böse. Starker Gegner. Aber der will nicht runter. Das ist okay. Okay, wo sind wir hier? Was ist das da? Termina. Da wollen wir hin. Was ist das da? Vipernvilla. Ah, Vipernfestival. Da war ja irgendwas. Und hier haben wir auch einen anderen Schattenwald. Gucken wir auch da drunter. Dieses... Ne, das sieht aus, als müsste man von da rechts nehmen. Dort oben die Insel, die raucht. Das ist normal. Okay, die Welt öffnet sich. Und... Gibt's hier oben irgendwas? Ein Point of Interest? Ja, dann gehen wir doch mal nach Termina. Und schauen uns da ein bisschen um, was wir hier machen könnten. Tut mir leid, aber Glockblum sind aus. In der Fossilenschluss ist irgendwas Größeres im Gange. Die Dragooner haben im Tal Straßensperren. Ich kriege in ein paar Tagen wieder eine Lübfung. Also kommt doch dann nochmal wieder. Oh, ich hab sogar welche dabei. Junger Mann. Sorry. Ich muss mich aufrichtig entschuldigen. Man hat mir gesagt, dass wir Akazia-Dragooner hierher gekommen sind, um euch zu beschützen. Gewiss werden die Ritter ihre Arbeit bald abgeschlossen haben. Ach, ist schon in Ordnung. Ich kann meine Blume auch anderswo bekommen. Wie dem auch sei. Ich habe Kashi in letzter Zeit gar nicht gesehen. Wie geht es ihm? Tja, er meinte, er reise nach Süden, um einen Geist zu jagen. Ich bin nur ein einfacher Soldat, also weiß ich es nicht mit Sicherheit. Aber ich habe das Gerücht gehört, Lord Viper hätte es ihm befohlen. Oh, Lord Viper weiß etwas von mir. Einen Geist? Ach so, was hört man auch nicht alle Tage. Hoffentlich ist das kein Vorzeichen für ein Unglück. Wenn du ihn sehen solltest, dann grüß ihn vor mir. Das werde ich. Und ich komme auch wieder. Hm. Ist das vielleicht ein weiterer Charakter? Ich habe eine Glockenblume tatsächlich gesammelt. Hey, hast du gehört? Kashi ist doch dieser Mistkel, den wir am Kap gesehen haben. Und dieser Geist, den er jagt? Bist das nicht du, Kumpel? Also stecken diese Akazier-Dragoone hinter allem. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer in Ordnung. Ja, ich möchte antworten. Ich möchte antworten. Du Glockenblume, ich ja. Oh, wer das war? Das weißt du nicht? Ah, du bist höchstens zu Besuch in der Stadt, um dir das Festland zu sehen. Der süße kleine Glenn ist Mitglied bei den Akazier-Dragoonen. Er ist ziemlich beliebt bei den Leuten hier. Schon erstaunlich, wie erwachsende Bengel mittlerweile daherredet. Daran sieht man, dass ich auch nicht mehr die Jüngste bin. Okay, hier haben wir einen Inn. Ja, wir können mal reinschauen. Ich muss gerade sagen, wenn es dann geht. Da wäre ein Speicherpunkt. Das ist schon mal was wert. Dann treiben sie die Schuld und im Gast herum. Ich will herausfinden, ob sich hier jemand Verdächtiges auffällt. Okay. Den kann ich speichern. Mach mal einfach mal. Den Sch... Da habe ich gerade gesehen. Das Sterne-Level sieht man beim... Okay. Im Moment bitte. Wie viel kostet das? Auch 100. Na gut. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Oder? Ja. Brauchen wir gerade nicht. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Fest ist nicht schlecht. Und Shop hört sich gut an. Oh, ein Charakter mit Namen sogar. Wie kann ich helfen? Ey, da haben wir... Ey. Oh, Magna-Bombe. Das will ich auch haben. Das hört sich gut an. Hört sich gut an. Das haben wir einmal gefunden. Okay. Hast du schon Feuer da? So, ich hätte gerne auch einen Massenangriff zuteilen. Search. Alles entfernen. Alles entfernen. Ja. So, ich hätte gerne... Arznei gehört auf jeden Fall dazu. Ich hätte gerne die Magma-Bombe. Die muss in den Zweierslot. Alles klar. Ist in Ordnung. Dann der Stromstoß muss auch in den Zweier. Winddiskus, Mist und Eislanze kommen dann in den Dreier. Ah, okay. Hm. Der Sprintschlag ist gesetzt. Das ist ein weißes Element. Okay. Okay, dann haben wir Arznei. Und ich könnte noch auf Feuerball oder Grün gehen. Mir wurde der Hinweis vom Spiel gegeben, dass man alle Elemente dabei haben soll. Aber deswegen machen wir es so, weil dann habe ich fast alle Schwarzfäden. Oder ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Hier. Machen wir hier auch mal alles entfernen. Du hast ein bisschen zu viele einseitig. Magma-Bombe auf jeden Fall. Das ist eine super Sache. Feuerball. Ja, schadet nicht. Dann. Der Winddiskus muss hier rein. Der Feuerball kann entweder mit Pläne... Ah, ne. Ich habe ja schon Feuerball. Deswegen mach mal Wasserstrahl. Steinwurf und Wasserstrahl. Okay, also ich habe zumindest schon vom Spiel verstanden, dass ich möglichst alle Elemente dabei haben soll. Das ist schon mal okay. So, und wir haben als Person ein Grundelement. Das ist sozusagen unsere Stärke oder Schwäche wahrscheinlich. Für Kit ist es Feuer und für mich ist es weiß. So Martial Arts Künste oder was auch immer. Und dementsprechend das andere Element wäre dann immer gut. So viel verstehe ich zu... So verstehe ich es zumindest bisher. Gehen wir mal in die Bar. Vielleicht erfahren wir da ein paar Infos. Da kriegt man ja meistens mal ein bisschen was. Das ist schlecht. Was ist deine Gefohr eine Flamme? Tja, ich wollte das eigentlich haben. Aber für mich... Ja, natürlich. Großmutter der Schätzer ist ultimativ klein. Eigentlich sind die radikalen Träume, die das bringen auch hinter der Flamme her. Aber das Ding gehört mir eines Tages bekommen. Ich bin mir... Okay, irgendeine Flamme. Das interessiert mich, glaube ich, gar nicht. Bad Ragoon. Dragon. Dragon, nicht Dragoon. Willkommen, Gast. Jeder ist willkommen. Wir schreiben aber nicht an. Und Schläger sind auch verbraten. Nicht die Füße. Das sieht man euch direkt an. Was habt ihr von Termina? Reisen, den man hat gesehen. Ich liebe diese Stadt und alle Leute hier. Das wird auch gesund. Wird hin, ich nehme noch eine Portion von den Tintenwisch-Nudeln. Hat sich gut an. Noch eine? Man bestellt es selber. Guck mal, die anderen Gerichte. Ha. Je besser es schmeckt, desto schneller ist es weg. Ach Mensch, gerade als wir uns so gut unterhalten haben. Moment. Der kommt mir bekannt vor. Habe ich denn nicht im Trailer gesehen? Hier könnte interessant werden. Geil. Mein Name ist Geil. Ich bin eine Wette mit der Vasa-Grenner-Brücke eingegangen. Wenn ich hier innerhalb einer Woche eine bestimmte Gegenstadt aus der Villa bringen kann, habe ich gewonnen. Schaffe ich es nicht? Habe ich verloren. Aber genau wie sich hinter jeder geheimnisvollen Magie und Trick verbirgt, gibt es auch auf dieser Welt keine unannehmbaren Festungen. Und auf mein bevorstehenden Sieg. Hier. Okay. Der ist... Geil. Der will die Villa raiden. Okay. Zur Seite können wir auch gehen. Gut. Muss man mit dir reden? Nein, du bist nicht wichtig jetzt, Kurt. Wer bist du? Ich arbeite hier. Du schluss. Was ist deine Aufgabe? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin der Halbmenschen. Hier arbeiten. Hören Sie nicht genau in der Welt. Machen Sie sich gerne einen lauen Lenz. Lass mal gut auffassen. Der Halbmenschen. Du bist ein Halbmensch also. Es gibt also hier Halbmenschen. Ich möge arbeiten. Aber den ganzen Tag arbeiten machen müde. Müssen ausruhen. Wenn ich ausruhen. Auf sehr böse. Ich habe ihn schwer. Okay. Halbmenschen. Festival Special Life. Geht es hier zu einem Festival? Sieht aus wie ein Schiff. Was ist hier? Leute, die arbeiten haben keinen Zutritt. Das sind so süße Niki verschwunden. Nicht für ein anderes Mädchen verlassen, oder? Niki sagt mir nichts. Können wir hier durch? Nein. Okay. Das ist halt das Problem. Ich habe halt keinen Plan, was ich hier machen soll. Das Spiel geizt ein bisschen mit Hinweisen. Wenn du nicht so suchen möchtest. Also es sagt mir nicht, wohin sie soll. Ja, es hat mir gesagt, ich soll hier hin. Und dann hat es mir jetzt gesagt, ich soll mich hier umschauen. Aber nach was? Wahrscheinlich ist es so deutlich, dass ich es schon sehen werde, wenn es vor mir erscheint. Nach was ich suche. Wahrscheinlich nach dem Typen da. Der, den wir gerade am Anfang gesehen haben. Ja, laber mich hinzu. Hör auf. Was ist das? Da schaut mich jemand an. Juhu. Ah, hier passiert was. Hallo, kommt her und staunt. Das ist eine wahre Sensor, so ein seltener Fang. Ein echter Meerjungfrau. Das ist immer nur ein wahren Schatz. Merkt euch das, Kinder? Leider steht diese nicht zum Verkauf. Sie ist mein wertvollster Besitz. Eine Meerjungfrau. Oh, tatsächlich. Na, was haltet ihr davon? Das ist nicht irgendein ausgestopftes Tier oder so? Nein, sie lebt wirklich. Ihr reine Glatthaus, als bestünde sie aus Kristallen. Ihr edelsteinartigen Augen. Das ist das ultimative Sammlerstück. Puh, die Natur ist zu wahrhaft großartigen Werken imstande. Was für eine wunderschönstes Geschöpf. Lebt das Ding wirklich? Hey, komm schon, guck mal hierher. Oh, wie schön sie doch ist. Äh, wir wirft einfach mit Stein. Korcher. Hey, ihr da. Findet ihr das witzig? Hötet euch fühlen, wenn ihr in so einem Tank gefangen wärt und alle euch den ganzen Tag lang ansteigen würden, hä? Hau backen das Korcher, weg hier. Korcher. Du, nicht du schon wieder. Belästige meine Kunden nicht. Leute wie du haben hier nichts verloren. Verschwinde. Pah, halt den Mund. Welche Kunden? Wacke auf seinen Haufen Müll. Warum hast du den Tank in die Zunge, der knallt, als ich gekommen bin? Hey, Leute, dieser Laden ist ein einziger Betrug. Halt in deinen Mund, dreht kein albenes Zeug. Geh wieder zurück zu deinen Halbmenschenfreunden. Ha. Das lasse ich mir von einer schwierigen Person wie dir nicht bieten. Hey, Leute, ihr seid nicht aus der Gegend, was? Lauft hier nicht zu viel rum, sonst bekommt ihr Probleme. Nehmt euch in Nacht. Okay. Oh, oh, dort unten ist ein Schiff. Okay. Wir bekommen Probleme, wenn wir nicht zu viel rumlaufen. Aber das war der letzte Hinweis. Wir sollen hier rumlaufen und uns umgucken. Das ist Korcher und eigentlich in Guldofe. Niemand weiß, warum er die ganze Zeit in Terminal herumhängt. Wenn du mich fragst, machst du besser einen Bogen um ihn. Der junge Stift hat nur Ärger, das sage ich dir. Aha. Was ist mit der Frau? Die Meerjungfrau. Zeig mal, was handelt es in meiner Waren gegen Elemente, die du nicht mehr brauchst. Augapfel eines Monsters. Ah, okay, hier kriege ich die ganzen... Aha. Verschlafen. Okay. Ich merke schon, Charaktere, bei denen ich direkt weiterlaufen kann. Ich stelle dich, wo du dir nicht mehr um dich kämpft haben. Wir haben dir nicht zu gemeint. Das ist nicht böse. Aber wenn du keinen besonderen Grund hast hier zu sein, geh jetzt. Hm. Ah, ich sehe meinen besonderen Grund. Da ist dieser Krieger wieder. Ich möchte mit ihm reden. Und mit der, wer auch immer das ist. Sie hatte also keine Blumen mehr. Das ist bedauerlich. Dann lass uns heute ohne Blumen beten. Hm. Äh, nee. Hm. Hast du deine Glockenblume? Es ist so nett, sie uns zu geben. Wir brauchen eine für unser Gebet. Äh. Ich glaube, es kommt gut, wenn wir sie verschenken. Kostlos, wirklich. Ich danke dir wieder auf ganzem Herzen. Bitte lass auch mich dir dafür danken, die unter dem Schwert ruhenden Seelen haben diese Blumen zu Lebzeiten gemocht. Deswegen bringen wir immer welche mit, wenn wir hier beten. Dario, hier ist eine deiner geliebten Glockenblumen. Schon bald wird ihre Saat aufgehen, aufschlagen und überall Blumen erblühen lassen. Und wir werden ein Jahr älter, während du derselbe bleibst, in unserer Erinnerung. Vater, Bruder. Es ist sehr geheimnisvoll, dieses Schwert rostet niemals, obwohl es im Regen steht, als würden die Seelen seiner Meister in ihm leben. Meinst du nicht auch, Glenn? Ja. Ich meine, in meinen Erinnerungen sind die Seelen meines Vaters und meines Bruders eingebrannt, die das heilige Schwert Einlanzer geführt haben. Hoffen wir, dass es stimmt. Wie meinst du das, Fräulein Riddell? Selbst dir kann ich nicht gestatten zu. Findest du nicht, dass irgendetwas an den Dragoonen in letzter Zeit eigenartig ist? Papa sieht so gequält aus und selbst Karsch hat gesagt, man hätte ihn auf eine Geisterjagd geschickt. Fräulein Riddell. Alle verhalten sich seltsam, seit dieser bestienhafte Gast in der Villa aufgetaucht ist. Glenn verspricht mir stets den Blick auf die unverhüllte Wahrheit zu richten. Lass dich von der breiten Masse nicht beeinflussen. Die Herrlichkeit des Ein-Lanzers darf nicht getrübt werden. Wie du wünschst. Oh, tut mir leid. Ich fand es nur ein bisschen komisch, dich so etwas sagen zu hören. Hol ein Riddell. Es ist ein kühler Wind aufgekommen. Sollen wir zur Villa zurückkehren? Ja, natürlich. Ich glaube, der Glenn ist ein korrekter Dude. Oh, das ist ein Geheimgang dort hinten. Jetzt ziehen wir erstmal das Schwert und nehmen die Blume wieder mit. Unter dem heiligen Schwert liegen die Krieger 13. Großmargaria. Großmeister Dario. Okay. Uh, hier ist ein Geheimweg. Da komme ich zu dem Dude. Und dieser Typ hat ganz schnell alles versteckt, als ich kam. Das war ein Anglück für die Götter. Hast du rein? Hoppla, ich habe Kunden. Tut mir leid. Nächstes Mal kriegst du ein paar richtig große Fische. In Ordnung, Kircher. Aber werden sie dann auch wirklich groß sein? Du fängst immer so kleine Dinger im Boot fahren, bist du ja erste Klasse. Aber als Angler taugst du nichts. Ach, jetzt hör auf, aber auf. Oh, ihr seid's. Ihr seid Touristen, oder? Das Fest ist rein Zeitverschwendung. Ich heiße Korscher. Ich bin aus Guldover und arbeite als Fährmann. Mit diesem Boot kann ich euch überall hinbringen. Das kostet natürlich was. Aber keine Sorge, so viel ist es nun auch wieder nicht. Für meine Fähigkeiten mit dem Boot bin ich berühmt. Also kann ich eine angenehme Fahrt garantieren. Wir haben doch was zu erledigen und keine Zeit für eine Vergnügungspfahrt. Bis dann. In Ordnung. Wenn ihr mal mit dem Boot irgendwo fahren wollt, kommt vorbei. Okay, gut zu wissen. Kit hat mir also den Hinweis gegeben, wir müssen hier noch was machen und können noch nicht verreisen. Aber, es ist schon mal gut zu wissen, hier können wir dann mit Korg, 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 ja. Namen. Ganz schlimm. Das Spiel hat angeblich so viele Charaktere und die haben alle Namen. Das wird höllisch. Na, Greco hat heute in der Vorsilie nichts zu tun. Komm bitte später. Greco, der Nächste. Wer ist Greco? Was ist mit dem Schädel? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn ich noch einen dritten Charakter bekomme, vielleicht dann fühle ich mich stark genug für diese Schlucht. Zu zweit in der aktuellen Form ist die Schlucht ein bisschen heftig. Oder ein Ausrüstungsladen mit besserem Kippen. Wo geht's hier hin? Der Ort ist groß. Smitty, das hört sich doch nach Ausrüstung an. Moment, hast du was Wichtiges zu sagen? Ah, ich seh krank werde. Deswegen hab ich beschlossen, die Schädel zu gehen. Okay. Alles zu lernen. Von allen... Okay, da schaut sich die Schiffe an, um die Besten dann zu bauen. Okay, cool. Moment, da ist ein Wachhund. Der lässt mich nicht durch. Aber ich will in die Smitty. Die Smitty ist nicht offen. Doch, das ist doch. Zipper, ein Name. Willkommen in der offenen Schmiede, der Kass. Ah, da bist du mal an. Schau dich an. Okay. Ähm. Herstellen Waffen. Muss ich die selber herstellen? Oh, schaut einmal her. Wir haben irgendwo Kupfer bekommen und jetzt kann ich eine Kupferklebe oder einen Kupferdolp machen. Ähm. Zerlegen, Waffen, Knochen, Knochenaxt. Nach dem Zerlegenbesitz. Kräter Kupfer bei der Knochen... Moment. Robustere Gegenstände aus Eis. Ich muss erst mal schauen, die Axt... Ich kann keine Axt nehmen, oder? Wer kann denn eine Axt nehmen? Hm. Dann kriege ich da aus der Kupfer. Weil dann kann ich ja herstellen Waffen. Ja, tatsächlich. Eisen wäre natürlich noch besser, aber wir haben kein Eisen gefunden. Also müssen wir... Kupfer... Kehrbesen... Suppenkelle... Kehrbesen aus Kupfer... Fe... Fe... Eisen... Ferrum, glaube ich. Kupfer-Schwert... Okay. Hier gibt es sehr viele unterschiedliche Waffen. Und da ich nur Cleven nutzen kann und sie nur Dolche, gibt es hier sehr viele Charaktere. Aber ich will mal die Kupfersache. Natürlich. Sehr schön. Wie sieht es mit Rüstung aus? Da brauchen wir auch Kupfer. Das ist was. Auch da brauchen wir Kupfer. Verkaufen. Ich würde gerne Kupfersachen kaufen, nicht verkaufen. Rüstung, Knochen, Rüstung... Nee. Puh. Schwierig. Alles schwierig. So. Dann... Das sieht doch gut aus. Achso, dort unten sehe ich immer die Werte. Weil ich schaue mal, wo sich denn überhaupt die Steier... Zwei mehr Angriff und ein Prozent mehr Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, damit. Dann... Sie. Auch eine Besserung. Ein mehr Treffer und zwei Angriff. Sehr schön. Ah, sie hätte schon längst einen Knochenhelden nehmen können. Ja, das ist schon besser. Okay. Hier gibt es zu viel zu tun. Hier gibt es so viel zu viel zu... Oh, mit dem kann man reden. Zapper. Zapper. Moment, den habe ich doch auch schon irgendwo gesehen, oder? Zapper. Ah, wie oft muss ich dir das noch sagen? Lass hier hinten keine Kunden rein. Wie viele Jahre sind die denn schon verheertet? Es regst sich ja ein großer Kerl wie du über solche Kleinigkeiten. Mecker nicht drum. Nur weil ein, zwei Kunden mit dir reden wollen. Ah, du wirst nie verstehen, wie empfindlich Handwerker, wie die meine Weniglichkeit sind. Ah, ich erwarte ja nicht, dass ein Laie wie du versteht, wovon ich rede, aber... Die Schmiedekunst wirkt vielleicht wie reinkörperlich, aber... Da fordern wir viel mehr Köpfchen, als man denkt. Eben Hammerschlag geht ein kleiner Teil meiner Seele flüten. Was ich damit sagen will, ist, die Seele macht das Schwert. So heißt, nein, denke ich, was es stört mich. Ich kann meine Seele nicht in den Stahl geben. Kapiert? Ja, dann verschwinde. Zapper. Ah, warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Jetzt ist das Schwert hinüber. Also nochmal von vorne. Oh, ich zapper schon mal gesehen. Moment, warte. Ah, kann es sein? Ich hatte ja vorletztes Mal... Oh, jetzt ist da der Hund weg. Oh. Warum ist jetzt der Hund hier weg? Oh, was? Spitze, oder? Eine glänzende Brosche, meine Brosche. Äh, was? Oh, da blinkt es dorthin. Dann tun wir irgendwas. Darion, Glen, Darion, Glen. Ah, so ein Großbruder mehr als jeden sonst. So ein Großbruder mehr als jeden sonst. So ein Großbruder mehr als jeden sonst. Darion, Glen? Darion hieß doch der eine... Uh. Wie verschwert man. Will nie wieder mit ihm reden. Okay, die wollen nicht mehr miteinander... So viel hier. So viel. Hier ist so viel los. Dort hinten hätten wir auch noch hingekonnt. Wobei, ich sollte... Komm, das schließt nur noch ab. Da hinten will ich auch noch hin. Und was... Das sieht eher aus wie ein Hotel, tatsächlich. So, weiter Weg zu einem großen Laden, der extra rausgesumt wird, damit man auch genau sieht, was es ist. Und was ist es eigentlich? Was ist das hier? Der möchte mit... Oder möchte er mit dem Meister Gok sprechen? Bald wieder zurück sein. Junge Herr? Wer ist der junge Herr? Sieht schön aus hier. Und wir dürfen einfach hier rein. Auch gut. Van. Mist. Das ist es nicht. Irgendwas fehlt. Ah, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Was hältst du davon? Das soll Kunst sein? Was weißt denn du schon, du... Du schon. Vater, seit wann bist du wieder hier? Oh, ich bin gerade erst zurückgekommen. Das Schiff hat vorzeitig angelegt. Wie ist es dir ergangen? Ich ruhe mich nur kurz aus. Dann geht es direkt weiter. Ach, Vater. Geht es schon wieder auf Geschäftsreise? Ja, genau. Noch eine wichtige geschäftliche Gelegenheit. Ich werde wieder eine Zeit lang unterwegs sein. Warum malst du nicht ein bisschen weniger und lernst zur Abwechslung etwas über Buchhaltung? Von der Malerei wirst du niemals leben können. Hm. Wenn du irgende... Ah. Jetzt check ich's. Van. Goch. Der Vater heißt Goch. Der Sohn heißt Van. Ah ja. Wenn du irgendetwas brauchst, dann sag es dem Dienstmännchen. Sie wird dir Geld geben. Also ich bin dann mal auf dem Weg. Vater hatte versprochen, sich mit mir das Fest anzusehen, aber sein Versprechen sind ihm sowieso ziemlich egal. Hm. Wir können ja mit dir das Fest ansehen. Ich glaube, Vater kriegt den Ausblick hier gar nicht mit. Die Farben des Meeres und des Himmels sind viel schöner als der Edelstein, die er sammelt. Ich frage mich, ob er in seiner Jugend wirklich ein Maler war. Das ist ziemlich schwer zu glauben. Okay. Viele Leute mit Namen. Ich kenne es halt aus anderen Rollenspielen, dass Charaktere mit Namen eher wichtig sind. Möglich, dass sie wichtig sind. Schliere, die Verwarnung, siehst du gerade. Träume, meine Schätze, stehen seit dem Tod meiner Frau. Sammlungen, Schätze. Du hast einen Sohn. Dein Sohn. Okay, er hat irgendwie Gefühle, dass er irgendwas verloren hat. Vielleicht. Ich glaube, es ist wichtig, in diesem Spiel auch alles anzuschauen. Weil wir haben es ja schon im ersten Dorf gesehen. marginale Veränderungen, wie zum Beispiel, dass wir auf einmal nicht mehr existieren und wie dann alles sich verändert hat. Kriegt man ja sonst gar nicht mit. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt gut was erkundet. Gerade aus. Und da oben links fehlt noch, glaube ich. Dann haben wir zumindest einiges erkundet. Aber ist schon wieder. Wir haben schon wieder eine gute Zeit hier verbraucht. Wir haben einiges geschafft. Wir haben sprechenden Schädel bekommen. Wir haben jede Menge Leute kennengelernt. Wir haben ein bisschen was Gutes getan. Sind gut vorangekommen. Aber eigentlich auch nicht wirklich. Dementsprechend, ich weiß nicht. Kann interessant werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.